Servus und hallo aus dem Autoladen Dresden. Ich bin der André und darf euch heute hier diesen BMW 530 Diesel X3 vorstellen. Wir haben hier ein Auto mit paar 60.000 Kilometer gelaufen, der super umfangreichen Ausstattung vom LED-Scheinwerfer angefangen über Komfortsitze, Head-Up-Display, Panoramadach. Hier sind schöne Gimmicks mit verbaut. Das Ganze in der Luxury-Line. Es ist so eine hochwertige Ausstattung, vergleichbar mit M-Paket, will ich fast sagen. Das M-Paket ist halt ein bisschen sportlicher, das ist eben etwas hochwertiger, ein bisschen luxuriöser, aber von der Preisfindung her ähnlich anzusehen. Wir haben auch die ordentlichen Komfortsitze mit drin verbaut. Das Ganze mit Memory, so ein bisschen Fahrlichtautomatik und so ist serienmäßig drin. Wir haben das große Navigationssystem Professional für die Gewerbentreibenden unter euch. Hier ist die Mehrwertsteuerausweisbar. Das macht sich bei der Preislage, denke ich, auch ein Stück weit bemerkbar und das ist wirklich ein Auto für jede Lebenslage, will ich sagen. BMW baut sehr effiziente Motoren. Ihr könnt da ganz entspannt so mit acht, neun Litern durch die Gegend fahren, mit einem relativ großen Motor mit fast 260 PS. Seid ihr trotzdem relativ verbrauchsarm unterwegs, auch sehr pannunempfindlich. Ich kann das alles so sagen, weil ich selber schon einiges an BMW hatte und die Autos wirklich zuverlässig waren. Kann ich nicht anders sagen. Verbrauchsarm und zuverlässig. Hat immer alles funktioniert. Ich habe das Auto jetzt nicht gebaut, aber letztendlich wir checken die Fahrzeuge vorher natürlich gegen. Heißt, es geht durch die Werkstatt. Wir fahren ausgiebig Probe. Wir drücken auf jeden Knopf. Der Fehlerspeicher wird ausgelesen, um so einfach den Endkunden dann ein gutes Fahrzeug übergeben zu können. Die Rückfahrkamera darf beim Kombi, denke ich, nicht fehlen. Die ist ja auch mit dabei. Das Ganze mit doppeltem Ladeboden. Ihr könnt hier die Rücksitzbank komplett umlegen. Habt ihr eine ebene Ladefläche. Von daher passt einiges rein. Könnt ihr gefühlt einen halben Umzug fahren hier damit. Also wirklich ein super schönes, gepflegtes Auto. Das ist auch der Grund, warum wir das Video machen. Das heißt, auf den Bildern sieht man ja schon relativ viel. Aber über so ein Video vielleicht manchmal mehr. Wenn ihr genau wissen wollt, was hier alles an Ausstattung drin ist, dann schaut einfach mal unter das Video. Unten drunter. Dort steht, hier geht es zum Inserat. Und da klickt er drauf. Da werdet ihr zu Automobile weitergeleitet. Sofern das Fahrzeug noch zum Verkauf steht, logischerweise. Und dort stehen alle Ausstattungs-Gimmicks noch mal mit hinterlegt. Also, sollten wir das Interesse geweckt haben, dann lasst es uns gern wissen. Wir sind unter der Woche 9 bis 18 Uhr für euch da, am Wochenende 10 bis 14 Uhr. Stehen mit Rat und Tag zur Seite. Vielleicht wollt ihr euer altes Auto in Zahlung geben oder möchtet eine Gebrauchtwagengarantie für den oder wollt ihn vielleicht finanzieren. Geht im Prinzip alles. Sprecht uns gerne an. Wir sind da. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.